Die Größe an sich, würde ich jetzt sagen, wäre normale Arbeit. Was allerdings eine wirkliche Herausforderung war, war hier die Technik zu installieren. Also besonders fand ich gerade dieser Raum, wo wir jetzt gerade sitzen, der ist ja halt der Kursraum, Herausforderung war da, wir befinden uns ja in einem dunkeln, abgedunkelten Raum, der dann halt über Licht Impulse setzt für die Sportler, um sich nach Musik und Licht halt auch zu bewegen. Und das war schon für uns eigentlich auch eine Herausforderung und die hat natürlich Firma Hünjes perfekt umgesetzt. Bis zum nächsten Mal.